Jetzt gehen wir Guillaume, um zu sehen, wie er geht. Und dann habe ich auch ein kleines Kadeu für ihn. Hallo Guillaume! Hallo Guillaume! Ich habe es gekauft. Vielen Dank! Ich habe gehört, dass du ein bisschen entschuldig war. Du bist hier die Physio. Er spielt beim EHC-Biel bei der Limiore in der U20-Mannschaft. Er ist Physio, weil er vor zweieinhalb Monaten in einem Hockey-Spiel einen Crash gegen den Kopf und eine Hirnschütterung daraus hatte. Und jetzt geht es mir eigentlich wieder gut. Er spielt. Und wir sind noch weiter dran, vor Stabilität als Ebelsülenacken dort noch die letzten Defizite aufzubauen.